Musik 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 Oberta, haben Sie Probleme mit Ihrer Fertigung oder warum müssen Sie die Rolle jetzt in Einzelteilen verkaufen? Nein, das ist eigentlich ein Erlebnis, das man hat dann mit dem Vater und mit der Mutter, dass man eben so eine Rolle mal selber zusammenbauen kann. Wir haben schon so viele verkauft, die waren fixfertig zusammengebaut. Wir haben gesehen, dass es einen Riesenspaß macht, wenn man das selber bauen kann. Glauben Sie denn, dass der Vater oder die Mutter das auch kann? Oder ist es nur ein Spaß für das Kind, der seine Eltern verzweifeln sieht? Also es gibt natürlich eine Anleitung, videomäßig, wo man es genau sehen kann. Und jeder, der einen Schraubenschlüssel in der Hand halten kann, kann es auch zusammenbauen. Und es dauert auch kein ganzes Wochenende. Also ich kann sagen, innerhalb von einer Stunde ist es zusammengebaut. Haben Sie das auch probiert? Aber sicher habe ich das probiert, ja. Und Sie haben es in einer Stunde geschafft? Weniger als eine Stunde, logischerweise. Ja gut, aber Sie haben auch einen kleinen Vorteil, Sie haben es erfunden. Ja, das war 1999, sind wir erst mal mit diesem Scoot auf den Markt gekommen. Und wir hatten dann dazumal pro Tag 80.000 produziert. Und Sie können sich vorstellen, das war nicht möglich mit 500 Leuten, sondern es waren 15.000 Leute, die diese in drei Fabriken produziert haben. Das war also eine gigantische Markt in 1999. Und es gibt uns immer noch, und wir haben gefunden, jetzt mal was Neues, das fast gleiche Produkt, aber wo man es selber zusammenbauen kann. Ich finde, Sie haben quasi eine gedankliche Kooperation mit dem schwedischen Möbelhaus gemacht. Ja, selber bauen und den Imbusschlüssel dazu. Da fühle ich mich gedanklich abgeholt als Kunde. Das war vielleicht versteckt auch ein bisschen die Meinung, weil er hat ja auch sehr viel Erfolg gehabt mit seinen Möbeln. Und dieses Zusammenbauerlebnis, das ist wahrscheinlich am Schluss unvergesslich. Und von daher lassen wir uns auch gerne inspirieren von guten Ideen. Okay, also Sie sagen, der Roller in Einzelteilen ist der Klassiker 2.0. Unter anderem, wir haben noch viele andere Klassiker für 2.0, aber das ist eine Option, die man machen kann. Vor allem, wenn es eben draußen schlechtes Wetter ist und man eben sowieso nicht draußen fahren kann. Und glücklicherweise ist es ja ein Klassiker. Das heißt, man sieht auf vielen Straßen, wie das Ding aussehen müsste, wenn man es richtig zusammenbaut. Ich habe gesagt, was passiert. Vielen Dank. 4. 6.